Fast wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Lizenzen sind eine wahre Goldgrube. Und mit diesem Ratgeber stecken sie ihren finanziellen Anspruch ab. Lizenzen spülen ihnen eine Unmenge an Geld in ihre Kasse. Immer und überall. Und dabei ist es völlig egal, wie ihre aktuelle Schufa-Auskunft lautet. Es ist ganz einfach, mit diesem Modell Geld zu verdienen oder zu beschaffen. Lizenzen sind der Königsweg, um all ihre Projekte zu finanzieren. Jeder Otto-Normalverdiener kann Lizenzen nutzen, um mit ihnen Geld zu verdienen oder eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Wie sie dabei auf jeden Fall Profit machen, verrät ihnen mein Ratgeber Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen. Sie werden staunen, was ihnen der Finanzratgeber Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen so alles bieten kann. Verkaufen sie das Urheberrecht an Produkten und verdienen sie mit Lizenzen viel Geld. Sie können beispielsweise mit Büchern anderer Autoren gut Profit machen. 10% Lizenzgebühren, 90% Ertrag. Das geht. Sie können es in meinem Buch nachlesen. Lernen sie, wie sie die Sahne-Portionen unter den Finanzierungsmodellen beherrschen können. Die Lizenz für eigene Projekte und Entwicklungen. Einer, der das perfekt kann, hat sich muntere 5 Millionen Euro zur Finanzierung seines spanischen Speiseölagers über Lizenzen beschafft. Auch der Handel mit Lizenzen bringt einiges ein. Investoren geben ihnen das Geld, sie reichen es an Firmen weiter, zwecks Investitionen in das Unternehmen oder in besondere Produkte. Die Zins- und Provisionsgewinne gehören dann ihnen. Franchise, etwa wie bei Ikea, McDonalds, Fußball-Bundesliga-Lizenzspieler, Lizenzen für Musik- und Filmrechte etc. basiert auch auf dem Lizenzmodell. Hier präsentiere ich Ihnen die besten Beispiele. Lizenzen bieten Ihnen eine Win-Win-Situation. Markeninhaber nutzen damit die Chance auf Mühe und risikolose Umsätze, die über das Kerngeschäft hinausgehen. Einfach über Lizenzgeschäfte. Der Lizenznehmer unterstreicht seine Kompetenz als Hersteller, indem er sich mit einer starken Marke im Gesamtangebot neue Vertriebswege erschließt. Zu dem Buch gibt es kostenlos auf CD-ROM oder im Paketzet alle Unterlagen, die im Buch beschrieben sind. Damit machen Sie bei Ihren Geschäften mit Lizenzen einen guten Schnitt. Weitere kostenlose Informationen über Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen finden Sie auf der Erfolgspassage. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher